Von Herzberg nach Europa Eine Gemäldeausstellung im Welfenschloss Die Ausstellung von Herzberg nach Europa, die Herzberger Welfenfamilie und ihre Verbindungen zu den Königshöfen in London, Berlin und Kopenhagen, ist noch bis zum 31. Juli 2012 im Welfenschloss zu besichtigen. Die Öffnungszeiten des Museums sind dienstags bis sonntags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Gruppenführungen sind auf Wunsch möglich. Die Telefonnummer zur Anmeldung im Museum finden Sie auch in der Beschreibung. Sie lautet 05521 4799 Im Friedrichjahr 2012 wird ein Blick über die Grenzen der Stadt und Region Herzberg geworfen. Ausgehend von der politisch-dynastischen Blütezeit des Schlosses in Herzberg, dem Familiensitz von Herzog Georg von Braunschweig und Lüneburg, wird anhand wichtiger Leihgaben der niedersächsischen Sparkassenstiftung VGH-Stiftung und zahlreicher weiterer Leihgeber der Weg dieser Familie von Herzog Georg über die Herzberger Brüder bis nach England, Dänemark und Preußen dargestellt und am Ende steht der Blick auf Friedrich den Großen. Die Verbindungen lassen in Ansätzen das Netz erkennen, das von Herzberg aus über Europa gesponnen wurde und machen deutlich, wie sehr die Eheverbindungen auch ein gewohntes und nützliches Instrument europäischer Politik waren. Alle Leihgebern der Stiftung Niedersachsen, der Stadt Herzberg und dem Förderverein des Museums Schloss Herzberg sei für die Unterstützung bei der Umsetzung dieser Ausstellung sehr herzlich gedankt. Und nicht vergessen, die Ausstellung kann noch bis zum 31. Juli 2012 im Welfelschloss besichtigt werden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!